Servus und Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Manuel und ehrlich vom Erlebnis an die Stand sind Zuckausfahrt in Saarbrücker Hauptbahnhof Kall 39G. RE1 übersand im Bernd und Humber-Saar Hauptbahnhof nach Heikeberg Hauptbahnhof. So und das war's. Ergecht nicht den Kanal abonniere und abwert die Glocke. Auf Wiedersehen und viel Spaß beim Anschauen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020